Hallihallöchen und Servus YouTube! Herzlich Willkommen zu einer Mod Contest Map Vorstellung. Heute ist dran die Vallée de la Dordogne. Ich schätze mal, es ist eine französische Map, die drei Höfe hat, die Multiflut hat und zwar inklusive Sonnenblumen. Und es gibt auch einen Forst. Wir sind im Dordogne Valley, einer bewaldeten Landschaft. Es gibt eine Stadt und ein Castle, also eine Burg. Es gibt ebenfalls so ein paar Mods, die hier neu sind und zwar ungefähr 90 Hektar haben wir hier Ackerfläche. Soil requires irrigation for the greedy cultures in water as the corn. Okay, wir schauen es uns einfach mal an. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall geil. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, dass es immer morgens ist, wenn ich die Maps vorstelle, auf einen neuen Spielstand, kann wahrscheinlich einfach so Standard-Einstellung sein, dass um 6.40 Uhr die Arbeit losgeht. Ja, der PDA ist sehr schön gemacht. Was lustig ist, wir haben hier, wir sehen es eigentlich, die Felder passen perfekt, die sind alle einzigartig. Wir haben hier fast zwei runde Felder hier, die, ja ich weiß nicht, was hier angepflanzt werden kann. Warum die rund sind, das werden wir im Laufe des Map-Anschauen-Vorgangs sicherlich herausfinden. Wir haben schon vier Traktoren, zwei Deutz und zwei New Holland, einen zweiten Drescher und schon zwei Anhänger, zwei Grobanflug, zwei Sämaschinen und ansonsten schon ein paar Sachen für das Grönland. Dünger, Miststreuer, Ballenpresse und Tiere. Ja, wir sind hier, starten hier auf einem sehr altertümlichen Gebäude. Das scheint wohl Programm zu sein auf der Map. Wir haben hier einen sehr offenen Hof mit einer sehr schönen großen Getreideanlage, das gefällt mir sehr gut. Wir haben hier zwei Unterstände für die Geräte, die texturmäßig echt auch sehr, sehr gut aussehen. Ja, die gesamte Map hat rundum eine schöne Map-Begrenzung, sehr hoch, sehr bergig. Wir sehen hier auf der Map relativ viele helle Sachen, wir sehen gut noch unreifen Raps. Wir sehen hier mal ganz neue Bäume, so ein bisschen gefleckt, also die sollen schon ein bisschen Richtung Herbst gehen, obwohl ich muss sagen, das ist nicht so gut gelungen, das ist sehr, sehr verpixelt. Was schön zu sehen ist, wir haben bereits hier Fahrgassen, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Map-Begrenzung ist hier überall vorhanden, ganz einfach, ganz simpel gemacht. Manchmal etwas besser, manchmal etwas schlechter. Ja, wir gehen hier mal an der Landstraße entlang, die übrigens auch eine sehr, sehr gute Textur hat, ebenso wie auch die ganzen Boden- und Gras-Texturen. Nun kommen wir hier zu einer schönen Tankstelle, zur Total-Tankstelle, wo wir Benzidorf tanken können. Daneben ist gleich der Händler, wir sind hier also wirklich im Dordogne Valley oder wie das heißt. Genau, hier sind mehrere Firmen, hier können wir zum Beispiel bestimmt auch beim Landi was verkaufen. Und hier sieht man halt schon wirklich so ein paar altertümliche Sachen wie dieses, ja das ist keine Kirche mehr, das ist eine Kathedrale schon fast. Und hier hinten ist das Biomasse-Heizkraftwerk. Schauen wir mal oben drüber. Ich muss sagen, diese Form von Häusern gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich so in Maps noch nicht oft gesehen. Ich denke mal, das liegt hier wirklich an den ganzen neuen Mod-Contest-Maps, dass viele Sachen in der Stadt passieren. Das ist auf der Map-Belgik so, das ist auf der Tungsdorf so, das ist hier so. Und noch ein paar anderen Maps, dass wir wirklich viel mehr Stadtleben irgendwo mit reingebracht wird, was ich gar nicht mal schlecht finde. Ja und was jetzt kommt, Freunde, ist ein absolutes Highlight. Eine Riesenbrücke, die hier drüber geht. Man kann auch von hier die Fahrgassen sehen, die sind wirklich super gezogen. Und hier drüben ist es schon zu Ende. Allerdings könnte man hier wirklich meinen, hier geht es aufs Meer raus. Das ist eigentlich ganz klug gemacht hier. Ja und hier geht es dann auf der Landstraße durch die beiden Forstwälder durch. Und hier kann man aber hochklettern. Einen Wanderweg und wir sehen schon wieder eine Burg. Wie bei der letzten Mod-Fallstellung gibt es hier wieder eine Burg. Jetzt schauen wir mal, in wie vielen Maps wir diese Burg schon entdeckt haben. Aber ich muss sagen, das haben sie hier sehr idyllisch gelöst. Im Fall mit dieser Zugbrücke hier drüber. Sehr, sehr geil. Und man kann hier auch wirklich schön forsten. Man kommt schön ran. Und jetzt geht es runter auf einer zweiten. Ja okay, man kann sagen, dass es hier vielleicht nicht ganz so toll gemacht ist. So platt runter. Das sieht man aber gar nicht so deutlich. Ja und hier unten ist dann das Sägewerk. Da hinten hoffentlich auch mit Funktion der Teich für die ganzen Baumstämme. Und hier geht auch der Zug weg. Also ein relativ kurzes Zuggleis. Ja neuartige bzw. altbekannte, aber neue, relativ neue Forstwege bzw. Feldwege sind ja auch verbaut. Was auffällt, wir sind hier. Wo geht es denn hier hinten hin? Achso, einfach außen rum. Okay. Muss man auch mal wissen. Ja und dann schauen wir mal, wohin uns der weitere Verlauf führt. Wie gesagt, Felder in allen Größen, Farben und Formen. Das zieht sich hier auch wirklich durch. Wir haben hier in der Mitte wirklich dieses Tal oder einen Fluss durch. Den müssen wir uns nachher nochmal anschauen. Weil wo sind wir gerade durchgegangen? Wir sind hier beim Landhandel. Ach genau, da ist die Brücke. Und danach ist die Tiefe. Und wir sind hier wirklich unten im Fluss, der durch die Map fließt. Sollten wir uns danach mal genauer anschauen nochmal. Ja und hier sind wir doch garantiert bei den Kühen. Und das ist richtig. Hier sind schon ein paar Kühe auf der Weide. Und auch schon Gras drin. Ein Silagesilo ist bereits gefüllt. Und ebenso hier hinten ein paar Vertexhallen. Und hier nochmal ein kleines Zwischenlager fürs Getreide. Das heißt, wir können hier direkt alles gleich lagern und mischen. Das finde ich sehr, sehr geil. Während wir hier wieder so ein kleines Dorf haben. Gegenüber die Firma La Perigurdine. Ja, ganz einfache Verkaufsstation hier mit Kalklager verbaut. Da hinten ist garantiert die Molkerei Supreme Milk. Natürlich, die kennen wir schon lang genug. Und da hinten geht es hin zu riesigen Biogasanlagen. Ich denke mal, die braucht die Map auch. Hier haben wir vier große Silos. Eine Waage. Ein standardmäßiges Güllebecken. Ein standardmäßiges Güllebecken. Liskas Fermenta. Und hier für die Silage zum Reinkippen eine flache Vorrichtung zum Silage einkippen. Ja. Und was hier jetzt passiert. Hier geht es wirklich schön bergab auf einmal. Ganz rasant bergab, muss man sagen. Und sieht dann hier überall so eine Anhöhe, die komplett abfällt. Das heißt, das ist hier wirklich überall so. Man sieht es hier komplett durchziehend. Das ist wie so ein Flusstal. Das finde ich eigentlich richtig geil stimmt. Das ist quasi früher mal ein riesiges Flusstal gewesen. Der Fluss ist jetzt nur noch ganz klein. Das Tal bleibt natürlich bestehen. Und das hat der Modder echt geil hinbekommen. Das darf ich wirklich mal so sagen. Ja. Und hier hinten lockert sich das Ganze wieder ein bisschen auf. Bei diesen kleinen Serpentinen. Da geht das alles schon wieder ein bisschen flacher zu. Und dann kommen wir hier wirklich runter. Und sind dann wieder im Flussbett. Während wir hier wieder einen Blick aufs Meer haben. Und eine sehr, sehr schöne Brücke. Und sehr, sehr geiles Wasser. Ja, das kann man echt mal sagen. Auf jeden Fall, die Brücke hat es mir echt angetan. Die sieht schon wirklich saugut aus. Vor allem die Texturen. Ja, und wie gesagt, hier hinten geht es dann weiter ins Nichts. Aber das fällt von hier gar nicht mal so auf. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir schauen nochmal auf der anderen Seite weiter, was hier noch ist. Und dann schauen wir nochmal kurz das Flussbett lang. Nicht, dass wir hier was Wichtiges vergessen hätten. Ja, die Map ist wirklich groß. Ist das wirklich nur eine Björnholm-Größe? Ja, die ist voll ausgereizt. Man sieht es, die Map ist voll bis ans Ende ausgereizt. Daher auch ein bisschen größer als die Björnholm. Die La Perigodine, nochmal die zweite Station zum Getreideverkaufen mit Kreisverkehr daneben. Hier hinten ist nochmal ein Hof. Oha! Und hier eine riesige Senke. Ja, das Schönste, was es eigentlich auf Maps zu sehen gibt, ist einfach diese Höhenunterschiede. Wenn die gut gemacht wurden, das ist eigentlich eine der schönsten Sachen. Ja, hier sind im Prinzip nur noch die Schafe. Und das war es ja dann eigentlich auch schon. Eine Halle zum Unterstellen. Und vorbei ist es. Ich glaube, da hinten, genau, da hinten war unser Hof. Das heißt, da waren wir schon. Da hinten ist so ein kleiner Forst. Ja, aber auch nicht groß. Also wie gesagt, Forstbereiche gibt es hier. Schon ein paar. Zwar nicht Unmengen, aber doch eigentlich auch ausreichend. Hier ist das Gartencenter, wie man unschwer erkennen kann. Da drüben ist das Sägewerk. Es gibt hier also zwei Sägewerke, in Anführungszeichen. Wo wir beides, hoffentlich bei beiden, unser Holz verkaufen können. Unsere Holzstimme. Ja, was man hier sehen kann, ist, dass die Map sehr klar abgegrenzt ist. Hier beim Flussbett. Aber was sehr schön ist, wie sich dieser Fluss hier durch die Map zieht. Das macht richtig Spaß. Also muss ich sagen, diese Map ist schon ganz geil gestaltet. Und da würde ich auf jeden Fall auch eine Chance geben und eine ganz gute Bewertung. Also die gefällt mir echt. Ist auch mal wieder ein bisschen was Neues. Ja, jetzt war es das hier auch mit der Modsverstellung für euch. Ich muss sagen, ich bin raus. Die Map gefällt mir echt. Und macht's gut. Tschüss. Bewerten bitte nicht vergessen.